So, Mami, wohin gehen wir heute hin? Wir sind auf dem Weg nach Budapest! Also wir sind jetzt auf einem Markt hier vor einer Kirche. Also es stand, dass es Stephans Dom heißt. So wie im ersten Bezirk in Wien. Aber die Kirche schaut so aus. Natürlich mit Maske. Ich muss meine Maske anziehen. Ich auch. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Parlament. Also wir sind jetzt beim Parlament. Und es ist jetzt kälter als das letzte Mal. Ja, wir waren letztens Ende August dort. Und jetzt ist Mitte September. Es ist echt kalt. Meine Nase rinnt gleich. Meine Nase rinnt hier ein bisschen. Wo ist Daddy? Ich schicke meine Hand. Ja, weil wir so langsam gehen. Okay, du schnell, Mami, okay? 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich schicke meine Hand. Ich schicke meine Hand. Ich schicke meine Hand. Ich schicke meine Hand. Aber wasserbändiger. Da dann kann ich jetzt nicht mehr. Ich schicke meine Hand. Ich schicke meine Hand. Ich schicke meine Hand. Jetzt gehen wir zu unserem Hotelzimmer. Hier beim H2 Hotel in Budapest. Also folgt uns. So ist unsere Nummer. Kommt rein. Wir haben zwei Stockbetten. Einmal... Das ist behind the scenes. Und da. Das ist unser Bad jetzt. Das fahren wir dann zu viert. Das ist die Dusche. Genau. Das ist die Toilette. Wow. Okay, das war es mal für die Roomtour. Bis später. Also so schaut das Parlament am Abend aus. Sehr schön, oder? Hier sind wir auf dem Weg zur Fischer Mainz Bastion. Ja. Ich hoffe ich spreche das richtig aus. So angekommen sind wir jetzt beim Buddha Castle. Wie es hier auf dem Plakat steht. Falls man das hier lesen kann. Und jetzt sind wir da. Und das ist jetzt so gross. Und das ist jetzt so gross. Und das ist so gross. Das hier ist so gross. Sog. Das ist so gross. Einmal zettach. Okay, ich möchte auf das. Sog. Und das schnau zus. Entschuldige ich nur zu. Amen. Vielen Dank. Und das sehr schön. Good? Bis zum nächsten Mal.